... ... ... ... Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die... ...Fallguy1078 Mathilde Genau Wir sind noch kurz vorm Urlaub und ähm Es ist zu warm zum Schlafen Darum haben wir uns gedacht Ja, wir spielen mal was Neues und da sind wir per Zufall drauf gestoßen und für die die es nicht kennen lasst euch überraschen Es wird großartig, es wird sensationell Wir sind ein Team und let's go Warum musst du jetzt so lachen? Ein Team bis zum bitteren Ende Ne, am Ende teilen wir uns auf Wenn wir beide alleine sind, dann das Battle Royale schafft Ich bin mal gespannt Also man muss dazu sagen, wir haben es fast gar nicht bisher gespielt Also so ein, zwei Testrunden haben wir so für uns mal gemacht Aber wirklich, wir sind absolute Noobs Also ich glaube, es ist für jeden was, der früher gerne Takeshi's Castle geguckt hat Ja, die jungen Leute kennen das nicht Ihr könnt das mal bei YouTube eingeben, dann wisst ihr, was wir meinen Na super Hab ich noch nie gespielt, das Level Keine Ahnung Ich komm da nicht durch Also wir sind ganz schlecht Erwartet nichts von uns, bitte, ja? Also es sind so circa 60 Kontrahenten und die wollen halt alle ins Ziel Richtig Oh Leute, 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 Leute Ich hab's überlebt, ich hab's überlebt, ich hab's überlebt Ah, ich nicht Yes Da kommt ja noch eine Bippe Leute, nein, nein, ich rolle Warum rollt der? Leute, 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 Leute Leute, ich geh doch auf die andere Seite Oh Leute, 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 ich komm da nicht hoch Scheißen, Dreck Die Schweine, warum kommen die auch nicht auf die andere Seite hier? Das ist ja nicht klettern, Leute Oh nein, ich hab grad' Warum fang ich hier immer auf diese Kackseite an, verdammt Oh, jetzt ist aber ausgeglichen hier Yeah, ich bin beim nächsten Safepoint angekommen Ja, ich bin jetzt ganz hinten Nein Einer ist noch qualifiziert, oder was? Einer ist bisher drin Oh, Kauschla Oh Leute, nein, Leute Leute, nein Leute, was macht ihr das? Leute, was macht ihr? Leute, Leute, Leute Leute, was tut ihr? Leute, Leute Nein, Leute, das geht doch nicht Das geht doch nicht Ich muss mir dein Video ansehen Leute, Leute Nein, nein, nein Scheiße Leute, Leute Leute, nein, Leute Nein, das ist voll auf und auf Warum kannst du nicht auf den Sack? Und warum war die jetzt die ganze hinten am Arsch? Das ist irgendwie das härteste, was er bisher gespielt haben, finde ich Ja Oh, ich bin fast schon da Ich bin schon fast da Nein 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 Ja 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 Nein Lass mich los Ja Oh, das tut es gut Nice Ja 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 Wenn da weniger dabei sind Läuft es sich besser Aber ich bin gescheitert Schade Schon mal jetzt mal zu meinem Video rüber, würde ich sagen Genau Es ist deine Arbeit Aber ich lasse es bei mir laufen Dann sehe ich das Leute, Leute Ich glaube die Folge müssen wir Leute, Leute Es tut mir leid, wenn wir so viel lachen Es ist einfach nur lustig So, ich bin raus Du hast ja mit den Herzenschlüpfern, ne? Ich habe schwarze Herzenschlüpfer, ja Nasslook, einfach gestreift Schwarz, äh, grün Jetzt bin ich meine Ingame-Währung Dann kann man sich weitere Klamotten kaufen Ich weiß aber nicht, ob das mit echt Geld geht Das habe ich noch nicht geguckt Können wir vielleicht mal im Anschluss machen Wenn es jemanden interessiert Bewege dich zwischen rotierenden Ringen Um nicht in den Schleim zu fallen Ach du Kacke Überleben heißt das Leute, Leute Schöne, ich kacke Lach vielleicht Okay, ich muss hier irgendwie draufbleiben Okay So, wo ist denn der goldene Schlüpper hier? Hä? Wo ist denn? Oh, 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 oh Hier gibt es ja Lücken Hier gibt es ja Lücken Ah Mach doch mal Platz hier Du hast auch ein grünes Manneken, ne? Ja Grün mit schwarzer Hose Ach, schwarze Hose Aber die hat doch Herzchen gehabt, oder? Ja Mach Platz Wo hast du gerade? Geh weg, geh weg Geh weg Geh weg Einfach von mir ist scheiße Ah, jetzt habe ich dich Geh weg, geh weg Du hast ja einen Schwanz Ich habe einen Schwanz? Ja Ja, ich habe einen Schwanz Und? Nein, nein, nein Nein Jetzt bist du ausgeschieden? Ja, ich bin in den Schleim gefallen Dann können wir ja raus Ja Vielleicht sollten wir uns Kleidung machen, die gleich aussieht Hm Ich finde grün schon mal gut Machen wir erstmal eine Modeberatung hier Outfits Muster Aber die grün finde ich gut Ich will keine Herzen haben Blitzen? Nenn immer die Blitze Okay, ansonsten können wir ja nicht wirklich viel machen Nee Ich wollte noch mal kurz gucken Bei dem Senken, da habe ich halt das Schwänzchen Ja, das brauche ich nicht Ah, woher? Warte, ich nehme es auch Wo war das? Outfits Bei dem Senken Okay, dann habe ich es auch Ich will nur kurz gucken Ob man hier Okay, die K-Währung Die kriegen wir Da habe ich auch schon ein bisschen was DLC-Store Ich gehe mal ganz kurz drauf Ja, da kannst du ein bisschen andere Outfits noch kaufen, glaube ich Ja, ich will es ja nur wissen Nicht, dass ich dir irgendwie Schabernack erzähle Dass man sich alles freispielen kann Da muss man sich ja mal kurz Äh Achso Ja, okay Niemand zu interessieren Hm Ah, da war was Ja Man kann sich Klamotten Fast Food Collection Oder Collectors Pack Mit irgendwie einem Pirat Und einer Weiß ich nicht Egal Kann man kaufen Kosten 5 bis 10 Euro Ja, ich hatte überlegt Ob ich da dieses Gesamtpaket da irgendwie kaufe Also so das Spiel Bei Steam hat 19 Euro gekostet 99 Genau Und diese Komplett-Edition hätte halt 30 Euro gekostet Aufgerüstet Na gut Achso, ich bin bereit Du auch? Ja Gut, mal gucken Also mehr ist es nicht Das ist das ganze Spiel Und man versucht Auf den ersten Platz zu kommen Wie bei Takeshi Also man Beziehungsweise man versucht halt Von Runde zu Runde weiter zu kommen Ja Und ihr seht Es ist nicht leicht Da habe ich mich bei PUBG besser angestellt Also man kann laufen Man kann hüpfen Man kann hechten Und man kann Kann auch greifen Greifen, genau Festhalten oder schubsen oder so Aber das ist so ein nettes Spiel Das kann man zwischendurch mal spielen Und wir dachten uns einfach Ach, warte mal Rennen Durchbricht Türen und renne zur Ziellinie Einige sind echt Andere nicht Ja, das kennen wir doch von Takeshi Ja Das ist 1A Takeshi Das war so mit die ersten Ja doch, die erste Runde eigentlich auch häufig Ja, lass uns zusammenlaufen Falls wir zusammen sind Da war ein Blitz Bist du rechts? Ja, wir sind ein bisschen auseinander Ja, ich bin rechts Dann komme ich zu dir Bist der hinter mir? Ich weiß nicht, wo du bist Ja, ich bin hinter dir Boah, warum komme ich da nicht drauf? Ne, scheint echt zu sein Die auch, die macht ein Geräusch Wir laufen einfach mal der Masse hinter Boah, die sind ganz weit hinten Ja, ich weiß Das sieht wieder schlecht aus Boah, die sind gemeinst du mir? Nein, das ist eine Latte Pfosten Lauf, lauf Mathilde, lauf! Oh, gescheitert Ich auch Das war fies Ja Das war einfach und fies Oh Gott, das muss ich mir nicht anschauen Die Pedale sind zu uns nicht Ja, die Porzeln da andauernd runter Das ist halt deprimierend Ich will, dass wir wenigstens einmal zusammen in Runde 2 kommen Ja Schön, dass es hier eine Saison ist und nicht eine Season Ja Das stimmt Das deutsche Wort, ne? Hm? Man kennt nur noch das Englische eigentlich So Oh, das hatten wir doch schon Ach Die Wippen Die Wippen sind scheiße Aber hey, ich habe die Wippen geüberlebt Na, vielleicht schaffen wir es diesmal zusammen Hm Oh Ich bin zwei hinter dir Super, mal gucken, wie es ausschaut Warte einfach mal ein bisschen ab Oh nein Ich falle Bin ganz hinten Alter Alter Manchmal hüpft, das ist irgendwie zu steil Und dann fällt man runter Ja Oh, ich bin beim ersten Kontrollpunkt Oh Oh nein, das war zu steil Oh, das ist irgendwie Oh nein Schlechte Idee, schlechte Idee, schlechte Idee Schon wieder, er kippt einfach um Ich hüpke scheiße anscheinend Okay, jetzt bin ich so weit hinten, dass die Wippen kein Problem mehr sind Oh Sagte sie und fiel nochmal runter Hey, du bist bei mir Wir sind Hi Sind wir gleich schlechte Offensichtlich Nein, das wird sie Ich habe gerade vergessen, er kann nicht klettern Ja, ich Hab verkackt Jetzt verkacke ich erst recht auf ihn her Das ist Hardcore, das Spiel Kann ich den packen? Hopp Ah, zweiter Kontrollpunkt Wie sind die immer noch Leute? Oh, das war wieder zu steil oder so Los, 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 los 43 oder 44 Du bist cool, ich bin schon raus Ich kann das nicht mit dem Ich bin zu scheiße Ja, bei dem Level darf man glaube ich nicht zu schnell vorandüsen Ich habe das Problem, dass ich manchmal, wenn ich auf eine andere Wippe springe, dass er porzelt Der kommt nicht auf die Füße auf oder so, weil er doof ist Keine Ahnung, weil es vielleicht zu schräg ist oder so Keine Ahnung Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt Vielleicht hoffentlich was Neues Was ich noch nicht kenne Ich kenne ja fast alles nicht Ah, das haben wir schon immer häufig Ich bin in der Höhe, überwinde ja Ne, die hatte ich noch nicht, glaube ich Die habe ich schon zwei, dreimal gespielt und auch da, die habe ich schon mal geschafft Ich glaube sogar Zweimal, mehr als fünfmal habe ich ja nicht gespielt oder so Los geht's Ne, das wusste nicht Ah, war clever, 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 aber das war gerade nicht clever Pass auf, jetzt kommen die Bälle, die sind hart Immer Bälle ausweichen Bälle ausweichen Bälle ausweichen Bälle ausweichen Gut gemacht Und Achtung, spring Genau Nein, nein, nein Egal, weiter, geradeaus Weiter, weiter, weiter Da ist keiner qualifiziert Einer bisher, zwei, drei Achtung, spring Achtung, spring Scheiße Wieso sagt dem, da hast du niemand Spring Ich habe doch springen gesagt Ja, okay Aber der kann so, da hat es mir auch schon in das Skin getroffen Ja, und wieder von vorne Ihr habt das ganze Spiel schon gesehen, mehr ist es nicht Egal, es macht Spaß Hey, Währung, 500, irgendwas rum, toll Yay Achso, mit den Stufen schaltet man quasi irgendwelche Skins frei Ja, genau Ja Wir müssen ja jetzt selber anhaben Ja Ja großartig Marseli geht richtig ab hier in dem Game Hier können Conan vergessen, wir spielen nie wieder Conan hier spiel nur noch möchtest war ein Scherz das will ich dir aber auch geraten haben Ich wettte der eine oder andere unserer Zuschauer hat hier gerade voll den Schatàn gekriegt als du das meintest Das war ein Scherz. So, überwinde die Hindernisse und renne zu ziehen. Ein Hindernisrennen, okay. Oh, das hatten wir aber auch schon. Ja. Oder? Ja, aber ich hatte es bisher auch nur einmal gespielt. Oh, nee, das hatte ich alleine, aber das hat man noch nicht aufgenommen hier. Nee, das war noch im Offscreen. Du bist rechts von mir. Ah, du bist links von mir. Ich glaube, ich lasse erst noch Rohre laufen. Ah, Mist, bin runtergeputzelt. Jetzt kommen sie alle. Ich führe, unglaublich. Ja. Mach das für Luca auf. Luca, auf. Mach das doch auf. Boah, diese scheiße Welle hier. Aua. Krass, ich bin in den Topf. Platz 4 oder so. Nicht schlecht. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ja. Ja. 153. Ja. Boah, krass, wir sind das erstmal beide eine Runde weiter. Ich bin so stolz auf uns. Ich auch. Ich hoffe, wir sind nicht zu laut wegen dem Kind. Achso, nee, 44 wurden qualifiziert. Oh, ist das aufregend. Ich muss einen Schluck Wasser trinken. Ah, ich muss Pritz trinken. Das sind wahrscheinlich... ...einschlager, weil auf den Bildern sind ganz viele Sachen, die ich nicht kenne. Mhm. Es gibt auch Teamspiele. Okay. Das heißt, man bildet mal Gruppe, meide die... Oh, Torgunga, meide die zustappenden Türen und renne zur Zierlinie. Oh, das ist... Scheiße. Ah, scheiße. Oh, ganz wichtig, wenn du da unten den Schleimhügel am Ende runterrutscht, da ist eine Lücke. Ah, danke. Hab ich gerade gesehen. Go, go, go. Oh, go, go. Oh, go, go. Oh, go, go. Na, schadet sie. Ah. Nein, Tür. Geh auf. Jetzt geht hier eine Tür, wo... Arschlöcher. Ei, 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 ei. Geh runter! Geh runter! Geh runter! Geh runter! Ja! Juhu! Nein! Nein! Ich war kurz vor der Ziellinie! Ich war weit abgeschlagen. Ich war ganz kurz zuvor! Ich bin quasi vom Schleim runtergerutscht und gerade gesprungen. Da war ich schon ein Disco-Effizient. Ich war gerade rüber. Ich war wirklich... Ich war einen Meter vor der Ziellinie. Ach, fahren wir echt mal zusammen weiter. Ey, ich will nicht wissen, was das jetzt ist. Ich auch nicht. Ich will. Nein! Geh weg, Eskappe! Das kenn ich auf jeden Fall nicht, was jetzt kommt. Ich will's auch nicht sehen. Ich bin nämlich nicht dabei! Ja, wir hätten vorher Eskappe drücken sollen. Warum kann ich immer noch nicht raus? Jetzt geht's! Ich habe immer noch nicht Level 1 gesch... also... Ich bin immer noch Level 1. Schade! Es ist echt so ein Spiel, das kann süchtig machen, glaube ich. Weil es immer so kurze Runden sind, wo man sagt, ja, eine noch! Ach, eine noch! Ach, eine noch! Ach, eine noch! Ja, das kann sein! Und das Spielprinzip ist eigentlich recht simpel. Ja, aber ich finde es voll gut. Ich meine, es ist ja jetzt auch grafisch nicht so mega anspruchsvoll, aber... Ich habe so das Gefühl, wie hieß das Auto-Fußballspiel? Rocket League! Das habe ich ja auch eine Zeit lang echt durchgespielt. Ey, ich auch! Ich habe das ja noch mehr gespielt als du. Ja, da hatte ich ja schon mal 50 Stunden hinter mir, wo du angefangen hast. Ja gut, aber ich habe dann auch noch mit Kumpels gespielt. Ja, da bin ich schon raus gewesen. Das ist ja noch ein halbes Jahr oder ein Jahr später, wo es... Nachdem es draußen war gespielt, aber da habe ich schon keinen Bock mehr gehabt. Okay, das können wir ja auch schon. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja. Oh, falsch abgesprungen. Ich bin sogar noch hinter dir. Nee, echt? Das geht? Ja, echt. Ei. Jetzt sind wir ein Team. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon zu langsam, ey. Und ich bin unten. Ja, ich jetzt auch. Nein, ich habe doch... Na, Taste! Jetzt hast du mich überholt! Oh nein! Tja, ich habe es vergessen! Ah. Egal, ist aus. Nee, bei mir auch nicht. Letz aus. Ja, und ich habe gerade einen Krankenwagen gehört. Liegt daran, dass wir das Fenster aufhaben bei Hölle. Ah, wir fliegen auch raus! Ich hätte es nicht gedacht. Schade. Das Spiel verzeiht keine Fehler. Nee. Wenn ihr irgendwie mal die verhüpst oder so... Oder hinten fällt es... Naja. Vielleicht sind aber zwei Fehler. Ich habe am Anfang, äh, direkt am Anfang zweimal falsch versprungen. Dann war ich weit hinten abgeschlagen. Boah, ist mir warm. Ja. Mir macht es sich besser, wenn ich das mal so sagen darf. Nee. Hot, hot. Oh. Ach, die Tür. Ach, die Tür. Sollte man vielleicht nicht unbedingt als erstes vorpreschen. Vielleicht schaffen wir es dir diesmal. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Ja, ich bin sowieso weiter hinten. Von daher... Hat bestimmt jemand... Ja, ich bin noch hinter dir. Scheiße, zwei Nieten. Ich bin da. Ja, Stau. Ich glaube, hier gibt es noch jemanden mit einem Blitz. Ich glaube, ich bin ganz hinten. Ja, hinter mir ist einer. Vor mir ist einer. Also, ich bin noch hinter dir. Ja, dann gibt es hier noch jemanden, der dasselbe Muster hat wie wir. Ah. Oh, ich werde dich von den anderen Leuten umgeworfen. Oh, das ist echt fies. Sogar Mathilde... Jetzt bin ich von dir. ...hat mich überholt. Nein, Mathilde! Du nicht! Du nicht! Du nicht! Du nicht! Ich habe mich noch ganz knapp vor dir gehört. Ja, warum war ich? Hey, ich habe vier Punkte gekriegt. Hey, ich bin aufgestiegen. Ich bin Level 2. Herzlichen Glückwunsch. Eier. Ich bin aufgestiegen. Eier. Eine Runde geht noch. Eine Runde geht noch. Eine geht noch. Eine geht noch. Eine geht noch rein. Eine geht noch. Eine geht noch rein. Wo packen wir das Video rein? Ist das ein Angezockt-Video? Weil eigentlich haben wir ja schon alles gezeigt von dem Spiel. Wir haben erst drei oder vier Level gezeigt und wir sind nie über Level 2 hinausgekommen. Pass auf, dabei gibt es fünf Level oder so. Fünf Runden oder so, die man überstehen muss. Ich habe keine Ahnung. Oh, die ist neu. Der Kreisel. Überwinde die Hindernisse und renne zur C-Linie. Also das hier hinten sieht mir neu aus. Oh, nee, das... Ah doch, 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 das kommt mir bekannt vor. Mir nicht. Absolut nicht. Kann sein, dass ich das als letzte Runde vor der Aufnahme probiert hatte. Hier vorne muss man über eine Stange sitzen. Nein! Die haut mich ja echt zur Seite. Boah, ist das fies. Die Doppelstange ist fies. Hä? Ich will auch klettern. Ah, ich muss packen. Ah. Das wusste ich auch noch gar nicht, dass man klettern kann. Oh, jetzt bin ich so weit hinten. Also kann man doch klettern. Oh, ich bin schon wieder hinter dir, ey. Ja, es tut mir leid. Nein! Ah! Er hat mich voll runtergekickt. Ah, ich nehme den Umweg. Oh, schon wieder! Haschloch! Ich fall nur runter. Oh nein! Nein! Das ist noch... Zu früh gesprungen! Verdammt! Machst du das gerade? Oh, wir werden es schon wieder nicht schaffen, ey! Absolut nicht! Oh! 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 Ich krieg den Gräser! Aber du hast... Du warst zehn Meter vor mir oder so. Also, ich seh dich vor mir laufen. Wir waren auf dem selben Kreisel. Ich bin da einfach nicht vorbeigekommen. Oh! Das Spiel ist anstrengend. Ja. Noch eine Runde? Ja! Ich habe das Gefühl, als ob ich fallen würde. Ja, ich auch. Ich finde diese... Also, die Animation gefällt mir jetzt nicht so, aber... passt für das Spiel. Ich finde es auch ein bisschen zu bunt, aber... Ich finde die Idee dahinter eigentlich super. Ja, ich hätte auch voll gerne mal sowas über Takeshi's Castle mitgemacht. Vor allem das Geile bei Takeshi's Castle war einfach... Es gab da, glaube ich, nicht wirklich was zu gewinnen, oder? Ich glaube auch nicht, höchstens Ehre oder sowas. Einfach nur zu sagen, ich bin mit General Lee gegen Takeshi ins Feld gezogen. Oh Mist. Genau. Yeah! Ich bin umgeblieben! Geilo! Macht Platz, hier kommt Mathilde! Ich wurde da hinten geschleudert! Macht zu! Macht auf, meine ich! Macht Platz, hier kommt Mathilde! Aua, 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 aua! Oh, ich bin ganz hinten. Oh, jetzt werde ich auch ich. Ich bin hier schon bei der Schleibentreppe. Ich nehme alles mit gerade. Ja, ich bin im Ziel! Ich bin im Ziel! Ich bin im Ziel! Letztes Mal war ich so im Flow und jetzt... ... bin ich raus. Ich bin unter den besten 50% gewesen. Ja, hallo! Ich bin hochmotiviert! Ja! Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Vielleicht mal was, was wir überhaupt nicht kennen. Das musst du jetzt aber auch schaffen, ne? Na, ich tue mein Bestes! Ja, ich warte. Ja, das Mischen dauert ziemlich lang, ja. Ach, das kennen wir doch. Okay. Dran denken, hinten bei der Rampe, da ist ne Lücke! Ich steile dann wieder. Sehr gut. Beobachte ich dich? Bist du nur in... Ne. Doch, ich bin das hinten links. Ne, ich gucke den anderen zu. Okay. Ah, die Kreise hast du gut genommen. Alter, einfach Platz! Lauf! Go Matilde! Go Matilde! Go! 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 Woo! Woo! Auf die Kreise laufen! Gut machst du das! Denk an die Lücke! Denk an die Lücke! Denk an die Lücke! Denk an die Lücke! Schwingen! Sieht sehr gut aus! Sehr gut! Sehr gut! Bewegt euch! Macht Platz! Macht Platz! Ja! Ja! Ha! Ha! Mathilde ist weiter! Juhu! Super! Yay! So weit war noch keiner von uns! Oh, mein Herz pumpt! Was haben diese Battle Royale Spiele immer an sich? Scheiß! Adrenalin! Oh! Ausweichmanöver! Weiche fliegenden Früchten aus und renne zum Förderband hoch, um das Ziel zu erreichen! Ach du heilige Pupskanone! Sieht eigentlich sehr schlecht aus! Hm! Das heißt nicht, dass es leicht sein muss! Äh! Alter! Ok, ich bin schon mal auf dem Förderband! Alter, man kommt hier kaum hoch Da hast du nie Kaptane Aua Oh, 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 das war nicht gut Nein, das wird's nicht schaffen Oh, du machst drüber ein Traumende Oh, Manno, nur weil ich diese eine Zimtstange übersehen habe Soll es eine Zimtstange sein? Ich habe nicht gesehen, was es ist Ja, die Stange hat dir das Genick gebrochen Glaubst du, viel besser wird's heute nicht mehr, oder? Ach, eine Runde noch Eine, eine letzte Runde Okay, letzte Runde Also wirklich letzte, letzte Runde Dann würde ich gerne mal wissen von euch Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet Vielleicht spielt ihr das ja auch Vielleicht, also wir werden versuchen uns zu bessern, dass ihr auch mal mehr als drei Level hintereinander seid Naja, ich glaube mehr kommt gar nicht mehr, maximal fünf wird's wahrscheinlich sein, vier oder fünf In der ersten Runde werden 15 ausgesiebt, beim zweiten auch 15 Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viel da jetzt Ich glaube, zum Schluss waren auch nur noch 30 da Genau, also in die untersten 30 bin ich gekommen Also nach der ersten Runde waren 15 weg Nach der zweiten Runde waren 15 weg Ich weiß jetzt nicht, wie viel in der dritten Runde weitergekommen werden Das spielen wir jetzt nochmal, das schaffen wir Wir sind nebeneinander Wir sind nebeneinander Ich gehe aber links lang Ich gehe rechts lang Wir müssen uns ja nicht gegenseitig behindern Nö, ich lasse hier auch erstmal ein bisschen vorlaufen Tatsächlich Ah, da sind wir unten Ah, ich diesmal auch Aber ich dachte, ich lasse so ein bisschen vorlaufen Damit ich so in Ruhe balancieren kann Das hat letztes Mal gut geklappt Dieses Mal anscheinend nicht Oh, der Pulk mit der Masse hier Ja Ah, du bist auch die Hai Ah, der hat mich Ah, scheiße Die Kugeln schaffe ich nicht mehr Sieht gut aus bei mir Sieht gut aus bei mir bis jetzt Ich bin auf der Schleimtreppe Da bin ich jetzt erst angekommen Weiter Herzlichen Glückwunsch Ah, ich bin ausgeschickt Scheiße Das heißt, siebzehn sind jetzt ausgeschickt Glaube ich Ich hab's nicht drauf in dem Spiel Ja Fast siebzehn, ja Fünfzehn, ja Ja, drei, genau Drei waren ja nicht Besetzt sozusagen Ja, ein bisschen Jump'n'Run-Erfahrung ist vielleicht nicht schlecht in dem Spiel Also wenn man sowas wie Donkey Kong und Mario mal gespielt hat Also die Nintendo-Spiele Ich weiß nicht, was ich da mal vor 50 Jahren gespielt habe, denkst du, das könnte ich noch? Die, oh Ach, die kannst du doch, die bist doch super in den Wippen Du bist doch super, das ist doch dein, dein Ding hier Leute Das schaffst du, das schaffst du Leute Das schaffst du Ich tu mein Bestes Oh, das geht hier gleich abwärts Aber wenn man draufsteht, wenn's schräg wird, dann geht es Aber wenn man drauf springt, wenn's so super schräg ist, dann ist ein Problem Ja Und ich fürchte, ich bin sehr weit hinten Ja, das kann hier noch nicht viel bedeuten Keinerseits, die nächsten Leute, alle bei der nächsten Wippe da das Kinnig brechen Boah, jetzt war einmal ganz knapp die Wippe gekriegt Leute, hä? Das versteh ich dann, Leute, Leute Nichts ist da ja gerade nur irgendwie bei mir Ah, 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 nein, ich rutsche Leute Balanciert doch mal vernünftig aus hier, Leute Das war riskant Das war gut Das war gut Lauf, 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 ja Zeig doch, das ist dein, das ist deine Nap hier Du beobachtest auch gerade diese Spider-Typen, ne? Er hat da automatisch gemacht. Ja. Oh, ich bin unter den besten 50. So, jetzt sind es nur 30. Ja. Bei PUBG war es damals immer andersrum, ne? Gucken wir mal, wie viele in die nächste Runde kommen können. Ah, ich schätze mal 15. Nee, ich glaube, das werden mehr sein. Oh, hol dir mit E-Eier, verwahre sie im Nest und das war so schnell weg. Also ich muss Eier holen und in mein Nest packen. Genau, du bist ein Team, quasi. Genau. Genau, einfach, du bist gelb, oder? Äh, ja, ich bin gelb. Gib mir doch mal ein Ei! Greif es dir! Hä? Gedrückt halten? Ich bin zu blöd, das Ei zu nehmen! Ich bin zu blöd, ich bin zu blöd, Ei zu nehmen! Oh nein, jetzt habe ich einem Teamkollegen Ei weggenommen. Dann musst du die anderen hüpfen. Äh, oder anstupsen. Leute, Leute! Aua! Die klauen, äh, aus deinem Nest quasi Eier, ne? Komm her, du! Blau führt bis rot seit dem Gleichstand. Eine Minute habt ihr noch. Was, bin ich durch! Ja, das ist... Macht das schon gut! Oh, ich komm da nicht hoch! Ich hab ein Ei! Ich hab ein Ei! Tja, aber die anderen haben trotzdem mehr als dir. Ich hab ein Ei! Ja, das schafft er nicht! Ah! Also wir warten ne Zeit lang auf dem zweiten Platz, aber... Ich hab auch zu lange gebraucht, um zu kapieren, wie das funktioniert. Okay, aber nach der Runde werden bestimmt... Also da sind noch 20 kordifiziert. Nach der Runde werden es bestimmt nur noch 10 und dann... Oder 15 noch! Keine Ahnung! Ja, oder so. So, aber ich glaube... Oh, nein! Ja, aber ich glaube, es reicht. Ja, ich glaube auch. Also, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, uns zuzuschauen, dann gebt uns doch mal ein Like, einen Kommentar, wie auch immer, und dann... Wenn ihr davon auch mehr sehen wollt, noch mal ein, zwei Matches mit uns, dann schreibt es auch in die Kommentare, dann machen wir da auch gerne ein, zwei Videos dann. Ja, das kann man auch vor allem mal so nett nebenbei machen. Also, es wird, glaube ich, kein regelmäßiges Spiel sein, dass wir so regelmäßige Kunden oder Grounded machen werden. Aber... Also, ich hätte Bock, da noch mehr Videos von zu machen, weil das Spiel einfach Spaß macht. Es gibt ja einen Fußball, Freund. Ich spiele gerade Fußball. Ach, das ist dir jetzt erst aufgefallen? Cool, mit zwei Bällen. Ja, äh, nicht, äh, ja. Dann, äh, liken, kommentieren nicht vergessen und reingehauen, äh, genießt euch! Bis zum nächsten Mal! Genau! Und nun! Genau! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.